Die einzige intrikate, doppelt gewitzte Witzlosigkeit wäre also gewesen vor dem Endgültigen, die eine Sorte von Chancenlosigkeit gegen die andere Form von Chancenlosigkeit abzuwägen. Ewig, dass sowieso nie aufhören können, eine bewegte weiter zu beschleunigen oder aber einen Staudamm zu bauen versuchen, indem man nicht mit, sondern gegen den Strom schwimmt, obwohl man nie an die Quelle kommen kann, weil zu viele Katarakte zwischen der Mündung des Nils und dessen Beginn in Äthiopien oder Nubien oder wo auch immer sind.